Was macht jemanden zu einem echten Held? Die meisten denken, ein Held ist jemand, der stark und tapfer ist. Superkräfte besitzt, cooles Kostüm trinkt. Aber je leichter es wird, Mittel, um zu beschützen, desto schwerer wird es, einfach Pelle Nörmann zu sein. Grünkohlchips? Das ist Christian. Er ist neu in der Schule. Mädchen wie Ida verlieben sich nicht in Jungs wie dich, Pelle. Du bist einfach zu... normal. Normal? Du gehst nach Familie. Aber wir... Du hast eine Verabredung mit Ant-Boy? Ja. Wahrscheinlich hat sie sich das ausgedacht, um aufzukreifen. Du sollst mir sagen, wie ich Ant-Boy vernichten kann. Ich hasse Ant-Boy! Schau mal, Schau. Ich habe gedacht, der Floh sei mein Erz, aber... Er ist es nicht. Ich sagte, dass sie Ida was antut. Ida! Mensch! Ich habefield auf gehört! Hier ist ein Erz, aber... Ich habe noch Focus. Buchverness, meineす ABC-Dietroal. Schau mal! Es ist wichtig, dynamics. Vielleicht verlaubert.